Und ein Zeichen von Kel. Batisa! 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 Die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstehen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hacker-Künsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Jawoll. Erstmal nach Loot gucken. Ah, okay. Was gibt's hier? Grün ist eigentlich gut. In dem Fall nicht. Okay. Da könnte ich hoch. Achso, ja gut. Da geht's zum Schiff. Und da drüben. Darüber muss ich sogar. Okay. Okay. Weil wir gehen trotzdem mal da hoch. Beziehungsweise darüber. So, jetzt. Ne, muss ich erstmal gucken. Okay, bevor ich da rübergehe. Gehe ich dann doch, glaube ich, erstmal darüber. Oder? Doch. Erstmal gucken, ob da noch ein bisschen Loot zu holen ist. Achso. Achso. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann können wir wieder zurück. So. Oh. Gute Idee, Zeus. Ach. Fein, alle. Ich wollte mal schauen. Wenn du Ideen hast für Kanalpunkte einlösen, raus damit. Erster Streben weggebt. Ich bin immer vorsichtig. Genau. Ich bin immer vorsichtig. Ich hab ihn für dich gelockert. Nichts übel, Herr. Spring rüber. Beziehen Sie runter. Ich bin drauf, Caps. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit euch zu zeigen, wie es geht. Erstmal nach Loot gucken. Ok, ne. Worauf wartest du, BD? Musst du neu gestartet werden oder so? Mhm. Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Nun, mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzündig? Hm. Das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Okay, der Sound hat jetzt nicht so gepasst. Drücke er B, um bei Charakteren mit einem Indikator über ihrem Kopf einen Gedankentrick anzuwenden. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Hm. Das sind nicht die Androiden, die er sucht. Du kannst uns vertrauen. Wir sind hier alle Freunde. Entsperre es. Wir sind hier alle Freunde. Ich kann euch vertrauen. Ich werde das Terminal entsperren. So, liebe Nicht-Abonnenten. Ich verabschiede mich mal in die Werbung. Bis gleich. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahre lange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Ihr tötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Uta Pau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Uta Pau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Und jetzt kommt die Schmuddelwerbung mit Rick, der Türtechniker. Ja. Genau. So. Hehehe. Hehehe. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Aha. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Kerider haben, ja? Und was ist mit E? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Schnappt euch das Essen? What the hell? Reife auf das Terminal des Senators. So. Ja, ja. Ist erledigt. Wäre ja auch blöd, wenn das Schlüsselloch keine Beachtung findet. Oh, ja. Hehehe. Ah, jetzt geht das mit dem Echo. Gibt doch nichts schöneres, als seinen Schlüssel in einen Schlüssellock zu stecken. Guck mal, die haben eine Bong. Bi-ba-bong. Scann mal. Aha. Aha. Na. Drüberspringen geht leider nicht. Ja, diese Erfahrung öffnet einen. Da hast du vollkommen recht. Oh, die können sogar zwei Wörter sprechen. Atesa und Kulka. Bravo. Warum wedelt denn dein Latz so? Freust du dich so, mich zu sehen? Und mit wir meinst du Schmutz, den du für ein paar Kredits verkaufen kannst? Man kann für eine gerechte Sache kämpfen und trotzdem seinen Anteil bekommen, Kel. So ist dieser Krieg nun mal. Nächstes Mal vielleicht. Okay, aber du zahlst das Essen. Und die Zwillinge verhungern gleich. Du hast dir alles ansehen, was du möchtest. Ich hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich. Das ist ein Blüsselbind, genau. Der Leute, die Glocken. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Fähigkeiten. Hey. Das ist aber nett, nett. Wo wart ihr so lange, während ihr Schatten nachgejagt habt und ich auch? Ich dachte, das macht sie schon. Hehehe. Wer bist du denn? Thanos? Sie haben erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Oh, ja. Zum Glück treffen die nie. Der Bruder, den es sich nie gewünscht hat. Oh. Entwickelt sich da eine Romanze? Äh, ne. Ein ganz klares Nein. Ja, obwohl. Solange sie noch warm ist. Bisher kriegt er auch direkt ein Lichtschwert. Das ist ein Lichtschwert. Kerl, komm zurück. Kerl, wo willst du hin? Komm zurück, Kerl. Hahaha. Tadam. Ist das ein Witz? Äh, ich glaube, ja. Wir müssen es vermitteln. Gads, die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Computer sagt Nein. Was mit dir? Wir jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben. Ah, so nicht. Doch. Eigentlich schon. Hahaha. Junge, es fühlt sich gerade an wie in der Fabrik vom Terminator. Also in der T-800-Fabrik von Skynet. Es genau zu sagen. Kein Fähigkeitspunkt. Ja gut, dann halt nicht. Hätte ja sein können. Loot auch nicht. Okay. Können wir da mal kurz gucken. Unautorizierter Zugang. Aktiviere Sicherheit. Motokolle. Hey, hey, hey. Boom. So viel zum Thema Terminator. Terminator. Oh, die Buddies. Ich will auch so ein Haustier. Oh. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt war ich einmal pinkeln, das muss ich dann dauernd pinkeln. Oh, guck mal hier. Hier werden Dönerspäße gemacht. Oh, Alter. Bin sofort wieder da. Wenn da einmal pinkeln war es, ne? Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. So. Oh, jetzt kann ich wieder das ganze Video angucken beim Schneiden, um die Pinkelpausen rauszuschneiden. Ei, ei, ei. So, Döner. Macht schöner. Oh, ich glaube, ich bestelle mir heute Abend ein Jufka. Bei meinem Buddy. Dieser Weg ist versperrt. Los, wir kommen später wieder. Okay. Ich werde der neunten Schwester deinen Kopf bringen. Aha, ist gedacht. Aber not with me. Echt? Wechsel. Jetzt. Ich hatte Sushi. Bild ist im Discord. Sushi ist auch was Feines, ne? Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, aber es ist doch was Feines. Halte LB. Ja, genau. Sushi ist auch was Feines, ne? Hm, schnipp. 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 Aha. Was haben wir denn hier? Ich habe bisher nur gefrühstückt. Allerdings so gegen elf. Und was für der Abend ist, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ja, da geht es weiter. Ja, da geht es weiter. Aber erstmal gucken. Sonstiger Loot. Ne, nix. ein Essens-Channel auf dem Server. Wo man dann sein Essen postet, anstatt auf Facebook. Das wäre total mies, weil ich koche ja gar nicht mehr so viel. Aber klar, kann man machen. Warum nicht? Halte er B und drücke B, um einen Gegner vorübergehend zu verwirren, damit er seinen Verbündeten bekämpft. Das ist gut. Ich schütze mich. Ich poste sowas, wenn eh lieber im Discord zu... Ja, natürlich. Facebook ist so Dreck. Also meine... Meine Kanalseite auf Facebook ist gesperrt schon seit einigen Wochen. Wenn nicht sogar Monate. Ich weiß nicht warum. Ich habe ein paar Mal Benachrichtigungen gekriegt von Support. Und habe das dann auch immer gemeldet, weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich von denen war. Habe auch nie eine Antwort gekriegt. Aber mittlerweile ist die Seite gesperrt. Das heißt, wenn ich... Also ich hatte ein Bot laufen, dass wenn ich online gehe auf Twitch, dass automatisch Nachrichten gepostet werden auf Facebook. Dass ich online bin mit Link, dass Leute reinkommen können. Genauso, wenn ich ein YouTube-Video veröffentliche. Das ist gesperrt. Da geht gar nichts mehr. Also ich kann manuell noch was posten, aber sonst nichts mehr. Bin echt schon überlegen, die Seite zu löschen. Facebook hat mir noch nie gefallen. Ich bin nicht hungrig. Hunger macht böse. Oh. Ich bin schon da. Komm her. Loser. Ich mache euch alle Platz. Ja, voll mies. Was soll das denn? Also erst habe ich nur eine Nachricht gekriegt, dass die Seite nicht mehr monetarisiert werden kann. Was ich sowieso nicht hatte. Ich habe halt nur ab und zu mal Werbung geschalten. Für Geld. Ja, aber jetzt ist das Ding gesperrt. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Das interessiert mich auch nicht, weil Facebook ist halt Dreck. Facebook ist Dreck. Der ganze Meta-Konzern ist Dreck. Deswegen, mal schauen. Aber so ein Döner mit alles könnte ich auch mal wieder. Ja, ne? Ich hatte ja jetzt so eine Phase, wo ich jeden Mittwoch beim Dönermann meines Vertrauens war. Aber das war jetzt schon länger nicht mehr. schon länger nichts mehr bestellt. Und das ist dann immer, wenn ich Paket abhole. Nebendran ist Dönermann. Da hätte ich dann tatsächlich Bock drauf. Mal was zu ordern. So einen schönen Jufka mit Schafskäse. Und einen Uludag dazu. Boah. Lecker. So. Immer wieder beten. Ich hab Insta und das reicht mir. Alleine wegen meinen ganzen Künstlern, denen ich folge. Ja, ich brauch das alles nicht. Also wirklich nicht. Gut. Twitter. Da funktioniert das nach wie vor. Die Postings, dass dann Leute reinkommen. Das würde ich auch dabei belassen. Aber Facebook, ich hab das ja nur Facebook wegen dem Kanal. Und jetzt funktionieren die Dinger nicht mehr. Also wozu noch Facebook? Weg damit. Hab ich echt keinen Bock drauf. Auf so einen, auf so einen Ärger. Und ständig diese Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Fake-Profilen. Oh, das geht mir so auf die Nüsse. Das ist einfach nur Schmutz. Facebook ist Schmutz. Call, äh, Cal regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einen Steam-Belder von BD1 benutzt. Ja. Das ist mir ziemlich Latte. Ja komm, wir gucken, dass wir überall auf einem Level dann hochgehen. Baklava und Böreken. Oh, ich war, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Schon ein paar Wochen her war ich mit einem, äh, mit einem Unternehmer von uns, war ich, ähm, jugoslawischen Börek essen. Oh, das war so geil. So geil. Erst hatten wir einen mit Hackfleisch. Und dann einen mit Käse. Also, naja, nicht Käse. Ähm, so Rahm. So in der Art. Aber dann mit Hackfleisch war es so geil. So geil. Boah. Hätte ich auch immer wieder Bock drauf. Ich sammle gerne Kunst und kaufe auch welche. Meist digital und gebe auch Sachen in Auftrag. Insta ist für mich... Ist für mich? Betrachten. Connecten ist da. Nee. Ja, gut. Absolut. Wenn das dann, äh, für dich so passt, ist ja super. Ich brauch die ganzen Social-Media-Scheiß überhaupt nicht. Ich hab... Ich weiß nicht, 2020 war das, glaub ich. Wo ich alle Plattformen gelöscht hab. Ne? Für privat. Ich brauch das nicht. Da geht's nur um Datenklau und Dreck. Nee. Was soll ich mit dem ganzen Müll? Aber jetzt hier dann halt für... Für... Geschäftlich. Wie man ja mittlerweile sagen kann. Ist es halt eine gute... Art... Werbung zu machen. Präsenz zu zeigen. Aber wenn Facebook mir so dumm kommt, dann hab ich da gar... Auf den Part gar keinen Bock mehr drauf. Privat benutze ich's nicht. Also... Wenn ich eine Benachrichtigung krieg, dass irgendjemand irgendwas von mir will, dann geh ich mal rein. Ansonsten ist mir Facebook scheißegal. Geht mir voll am Arsch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.